Die Haut um unsere Augen ist besonders dünn und empfindlich. Daher sollte die Augenpflege in keiner Skincare-Routine fehlen. Meine Youth Booster AGE Reverse Eye Cream ist die erste Augenpflege, die der Hautalterung effektiv entgegenwirkt und schon bereits entstandene Schäden repariert. Eine echte Revolution in der Anti-Aging-Pflege. In allen Produkten der Youth Booster Serie ist eine Wirkstoffkombination aus liposomal verkapseltem L-Kanusin, Jujuba-Extrakt und niedermolekularer Hyaluronsäure enthalten. Diese Kombination wirkt zweifach, indem sie die Zellverzuckerung verlangsamt und bereits versteiften Kollagenfasern wieder mehr Elastizität zurückgibt. Außerdem habe ich einen ganz besonderen Wirkstoff für die Straffung der Augenpartie ausgesucht, den Extrakt aus dem persischen Seidenbaum. Dieser einzigartige Wirkstoff strafft nachweislich das Oberlid und vermindert Cremenfüße und dunkle Augenringe. Die Youth Booster Eye Cream kann morgens und abends aufgetragen werden. Sie wird nach dem Double Serum und vor der Creme sanft in die Haut eingeklopft. Für einen strahlenden und wachen Blick am Morgen.